Mit Keim investiert die Universität Bern in die Zukunft der Medizin und schafft attraktive Stellen in Lehre und Forschung. Denn künstliche Intelligenz wird die Medizin der Zukunft stark prägen. Wir vernetzen Forschende mit künstlicher Intelligenz für das Gesundheitswesen und schaffen damit attraktive neue Forschungsmöglichkeiten. Und nicht zuletzt bilden wir eine neue Generation von Medizinstudierenden heran, die mit den nötigen Digital Skills ausgerüstet sind.